Was ist das für ne komische Waffe? Und warum kann ich nicht mehr Munition dafür haben? Naja Es ist ein Laserwerfer Oder so Plasmawerfer, was auch immer Äh, super Ich höre etwas Hallo Hallo? Gut, da ist niemand Oh, hi, hi, hi Ich korrigiere mich Ich korrigiere mich, hier sind sogar sehr viele Scheiße, ne Typ, mach sie platt Ich hab Angst Oh, ich nehm den Kram Oh, schön Ich bin mal voll geheilt Ist das nicht geil? Ist das nicht einfach geil? Darauf speichere ich erst mal Hilfe, Typ Da ist ein Vieh Das tut mir weh Okay, ich werde Deckung geben Ja, komm mit Ich brauch ein bisschen Kanonenfutter Super, der kommt gar nicht mit Achso, da Ach, da bist du ja Du hast mich für den Moment erschreckt, Typ Lass das Achso, ich kann mal einfach wahllos die Wand hochlaufen Warum denn nicht? Ach, Gattchen Okay Oh, nicht noch so einer So Meine Fresse Ist das ne Kugel Verschwendung hier zum Teil Gibt's hier irgendwas? Nö Einfach nur ein Füllgang Da ist Nix im Wasser Ach, da sind halt Verschiedene Wege Oh, wow Wie soll ich da nur langkommen? Gottchen Das ist irgendwie nicht gut Irgendwie ganz und gar nicht gut Friss, 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 friss Oh Was macht so ein Ding eigentlich hier? Völlig unnütz Ja Genau Na, wollen wir mal hier hoch Oh, verdammte Scheiße Nee Ich krieg' nen Herzinfarkt Oh, das war nicht cool Das war echt nicht cool Spiel Oh, meine Güte Oh Was habt ihr euch dabei gedacht? Ach, verdammt Was soll die Scheiße? Ich konnte dem nichts anhaben Ich dachte, er wär tot Dieses Spiel verarscht mich einfach nur, oder? Ach Meine Fresse, nee Ach Ist doch wohl zum Kotzen Gut Na, komm mit Okay, warum nicht? Du wolltest sowieso nicht alleine abkriegen Naja, komm mit Komm einfach mit, du Sau Hier ist mal wieder niemand Noch Ach Ach, ich hätt' einfach hier lang gehen können Dann wär' nichts gewesen Oder doch Na komm, bleib Bleib mal stehen Du? Ich hab' den erwischt Halt' die Fresse Komm her Komm her Was läufst du so seltsam Gehen wir mal stattdessen hier lang Mann, ich hasse es Oh Au Ich hab' Schmerzen Schätzelein Mann Also ist es letztendlich egal In welche Richtung ich gehe Weil Weil da noch einer ist So Jetzt haben wir's aber, oder? Ja, jetzt haben wir's Gut Das Ist uninteressant anscheinend Wehe, ihr macht denselben Trick jetzt nochmal Dann Okay Gut Gut so Gut so Ja Was? Okay Was willst du denn? Ach Du willst mir sagen, dass du viele Freunde hast Das ist aber Gar nicht toll Wo kommt die alle her? Wo kommt die alle her? Okay Da geht's aber tief nach unten Haben wir hier sonst noch irgendwas? Da ist ein mysteriöser Schalter Gees Ah Ja Zielen kann ich sehr gut Anscheinend Moment Komm ich da jetzt noch runter Und bringt mir das überhaupt irgendwas? Nö Bringt mir überhaupt nix Schön Äh Sehr schön Wie Achso Da ist die Ja Ja Renn erstmal einmal im Kreis Bevor du die Leiter überhaupt bemerkst War das alles? Was ich hier tun soll Wow Sind hier jetzt neue Gegner Okay Das hat mich nicht umgebracht Das ist schon mal nett Headshot Weil du nutzlos bist Okay Also Ich speichere jetzt nochmal Weil Das lief zu gut Um es jetzt nochmal zu vergeigen Und da hat wieder alles gewackelt Was mir nicht gefällt Ja Das kannten wir schon Bröckel Oh Das Das muss ich doch irgendwie anders machen können Versuchen wir es mal damit Okay Das Ding Wow Das Ding Ja das wirkt So Jetzt bist du aber tot Na also Alle tot Alle Pup Gemacht Okay Diesmal wusste ich's Und ich verpiss mich Tschüss Nein Au 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 Das war so leicht schmerzhaft Im Hintern Nein Scheiß Kopf Kram Ähm So geht's auch Was war das jetzt grad für ein Geräusch Ich trau Geräuschen nicht So grundsätzlich Kannst mir nicht erzählen Dass hier jetzt Nichts auftaucht Oh verdammt Oh verdammt Bäh Okay rennen Nein Er rennt Zu schnell Ich laufe einfach bevor irgendwas neues da auftaucht Ach ja da ist ja noch das Neue Vieh Ach die Waffe ist toll Die hat schon was So wenig Munition und so viel Effekt Gut Äh warum mussten wir das jetzt nochmal machen Ich weiß nicht mehr so genau Ich geh nochmal zu den Leutchen Vielleicht können die mir weiterhelfen Äh da lang Und ich nehm den Typ seine Munition mit Haha Oh hier kann ich mich ja wieder auffüllen Trönen Sie nicht rum Mr. Freeman Sie haben die Pumpen eingeschaltet Jetzt ab zur Zugangshöre Fluten Sie den Kern Und dann sofort rauf zu den Labors Okay Das nehm ich mal mit Heile mich Und äh Ja rauf zu den Labors Das machen wir nächstes Mal Hoffen ihr hattet Spaß Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Bis denne Bye bye